Hallo zusammen, ich spiele euch auf dem SX900 einmal drei vollkommen unterschiedliche Titel, also aus verschiedenen Stilrichtungen, die ich aber alle drei auch schon mit dem PSR oder mit dem Genos Keyboard interpretiert hatte. Vielleicht schaut ihr euch auch noch mal diese Videos an und hört einmal heraus, ob sich ein Unterschied in der Klangqualität oder im Sound ergibt oder auch nicht. Viel Spaß mit dem SX900. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal. Ja, viel Spaß beim Vergleichen.